Die Kluft wächst, endlich handeln, fordert der Sozialverband VdK Bayern ungewohnt offensiv. Der guten Worte ist vorbei, jetzt sollen Taten den Worten der Politiker folgen. Gerechtigkeit für Mütter, zum Beispiel egal wann sie ihre Kinder zur Welt gebracht haben. Gleiche Anrechnung der Erziehungszeit für alle, fordert der VdK ultimativ, denn... Das ist eine grobe Ungerechtigkeit, insbesondere weil die Frauen, die vor 1992 Mütter geworden sind, schlechtere Rahmenbedingungen hatten, fast überhaupt nicht erwerbstätig sein konnten, also keine eigene Rente haben oder nur eine Mini-Rente und da muss endlich die Gleichbehandlung her und inzwischen hat sich das überall rumgesprochen, weil auch die Frauen sich inzwischen wehren. Nicht nur die Frauen, muss man hinzufügen. Die Rentner insgesamt sind in Aufruhr. Grund dafür ist die sogenannte Rentenerhöhung um 0,25 Prozent. Da fühlt sich nicht nur das ein oder andere VdK-Mitglied von der Politik nicht mehr für vollgenommen. Das wurde auch bei der Infotour des VdK durch alle sieben bayerische Bezirke überaus deutlich. Die Stimmung an der Basis ist gereizt. Also bei einer Rentenanpassung von 0,25 Prozent, bei steigenden Lebensmittelpreisen, steigenden Energiekosten, sagen die einfach, es reicht uns jetzt. Und das haben sie bei unseren Veranstaltungen, die wir mit Bundestagsabgeordneten und Kandidatinnen gemacht haben, ist es sehr deutlich geworden, dass sie nicht mehr stillschweigend das einfach über sich ergehen lassen, sondern dass sie sich wehren. Ja, hier hat sich was verändert. Die Erwartungshaltung unserer Mitglieder ist gewachsen. Die Scheu vor den Politikern sinkt. Man wird fordernder, diskussionsfreudiger. Die Bundestagsabgeordneten wurden richtig in die Mangel genommen von unserer Verbandsbasis, von unseren Mitgliedern. Und sie lassen sich nicht mehr länger abspeisen mit den klassischen Politikerfloskeln, sondern sie wollen konkrete Maßnahmen hören, konkrete Gesetzesvorschläge. Dafür bietet auch der heraufziehende Bundestagswahlkampf die passende Gelegenheit. Geplant sind Plakataktionen, Informationen und auch eine Demonstration wie vor fast zehn Jahren ist denkbar. Damals waren rund 30.000 Menschen nach München gekommen und hatten der Landespolitik gehörig Druck gemacht. Eine Aufgabe ganz nach dem Geschmack des neuen Landesgeschäftsführers Michael Pauster, dem ehemaligen Presseschef des VdK Bayern. Wir wollen hier den Druck weiter erhöhen durch ein vierseitiges Papier zu unseren Kernthemen. Armut, Rente, Menschen mit Behinderung, Pflege. Das sind unsere Themen und wir wollen hier auch auf der Basis, wir wollen in die Fußgängerzonen gehen, auf die Marktplätze mit unseren Flyern, mit Infoständen dieses Papier unter die Leute bringen. Täglich unterstützen in Bayern rund 100 Menschen diese VdK-Forderungen als neue Verbandsmitglieder. 625.000 sind es aktuell allein im Freistaat, bundesweit 1,6 Millionen. Ein politisches Schwergewicht, das man nicht so lange ignorieren sollte.